Paul Breitner versucht gerade sehr unbeteiligt zu gucken, aber dennoch die Frage auch an Sie. Hast du schon mal gesehen? Nein, weil mir ähnlich dem, was über Twitter passiert, einfach mittlerweile das Kotzen kommt, wenn ich sehe, was die Leute alles tun, um ja irgendwo Schlagzeilen zu haben, um ja jeden Hintern aus dem Fenster zu heben, damit sie irgendwas zum Twittern haben. Und wir sind einfach, Daniela Katzenberger ist der Zug der Zeit, dass jeder einfach partout sein Glück darin sucht, unbedingt ins Fernsehen zu kommen, unbedingt vermeintlich berühmt zu werden. Dafür essen die Hundekacke, dafür machen die alles. Es ist zum Kotzen. Ich finde es widerlich zum Teil. Pervers. Das ist eine klare Haltung. Lass uns einen Moment drüber reden. Finde ich sehr interessant. Was sagt Daniela Katzenberger dazu? Was ist sozusagen aus deiner Sicht das Phänomen Katzenberger? Was macht das aus? Das Phänomen Katzenberger? Ich finde immer so das Phänomen, ich weiß nicht. Nee, also ich glaube... Okay, dann andere Frage. Was sagst du zu dem, was Paul Breitner dir gerade vorgebrochen hat? Ich glaube, das war die Retourkutsche für den Anzug. Wissen Sie, ich brauche keine Retourkutsche auf irgendetwas, was Sie da sagen, sondern... Das war aber nur Spaß. Man sollte das nicht mal alles so ernst nehmen. Sie gucken es nicht, es gibt viele... Schauen Sie, das Problem ist, dass man Sie ernst nimmt und dass jeder sich noch weiter aus dem Fenster lehnen will, die jungen Leute, damit sie irgendwo nochmal ihren Schädel irgendwo haben. Und das nimmt Züge an, von denen ich einfach sagen muss, bei mir hört es auf. Das sind aber meistens auch die Leute, die nur vorbeisätten. Ja, also... Ja, aber das ist ja egal. Paul Breitner versucht gerade sehr, unbeteiligt zu gucken, aber... Dennoch die Frage auch an Sie. Haben Sie schon mal gesehen? Nein. Nein. Weil mir ähnlich dem, was über Twitter passiert, einfach mittlerweile das Kotzen kommt, wenn ich sehe, was die Leute alles tun, um ja irgendwo Schlagzeilen zu haben, um ja jeden hinteren aus dem Fenster zu heben, damit sie irgendwas zum Twittern haben. Und wir sind einfach... Daniela Katzenberg ist der Zug der Zeit, dass jeder einfach partout sein Glück darin sucht, unbedingt... Nein. Wissen Sie, ich brauche keine Retourkutsche auf irgendetwas, was Sie da sagen, sondern... Das war aber nur Spaß. Man sollte nicht mal alles so ernst nehmen. Sie gucken es nicht, es gibt viele... Schauen Sie, das Problem ist, dass man Sie ernst nimmt. Und dass jeder sich noch weiter aus dem Fenster lehnen will, die jungen Leute, damit sie irgendwo nochmal ihren Schädel irgendwo haben. Ich muss sagen, aus deiner Sicht das Phänomen Katzenberger, was macht das aus? Das Phänomen Katzenberger, ich finde immer so das Phänomen, ich weiß nicht, nee, also ich glaube... Okay, dann andere Frage, was sagst du zu dem, was Paul Breitner dir gerade vorgeworfen hat? Ich glaube, das war die Retourkutsche für den Anzug. Wissen Sie, es klingt ins Fernsehen zu kommen, unbedingt vermeintlich berühmt zu werden. Dafür essen die Hunde Kacke, dafür machen die alles. Es ist zum Kotzen, ich finde es widerlich zum Teil, pervers. Das ist eine klare Haltung. Lass uns einen Moment drüber reden. Finde ich sehr interessant. Was sagt Daniela Katzenberger dazu?